Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video sehen wir uns Hardware-Ansteuerungen, das heißt Kundendisplays an, und zwar die zweizeiligen Kundendisplays. Hierzu gehen wir auf Administrationssystemeinstellungen, klicken auf Hardware und nun auf Kundendisplay. In der Vergangenheit war es jetzt immer so, Sie haben hier Ihr Kundendisplay gehabt und haben die Informationen eingeben. An dieser Stelle möchte ich vielleicht nochmals betonen, dass es sich hier nicht um diese Small Displays handelt, die Sie in dieser Kombobox ganz unten auswählen könnten. Nein, es handelt sich in diesem Video um diese zweizeiligen Kundendisplays, die es schon seit Jahrzehnten gibt. Die neueren Modelle sind halt diese Small Displays, diese kleinen Displays, wo halt ganze Listen angezeigt werden, die wir auch in einem anderen Video schön erklärt haben. Okay, also kommen wir zurück auf unsere zweizeiligen Kundendisplays. Warum haben wir hier etwas geändert, da es diese Ansteuerungen ja schon gibt? Ganz einfach. Ich möchte Ihnen das verdienen und Ihnen, und ich muss davon ausgehen, dass nicht jeder vielleicht Computerspezialist ist. Deswegen versuche ich das natürlich jetzt ein bisschen einfach zu erklären oder ein bisschen verständlicher zu erklären. Ist es so, wenn Sie sagen, Wabi, kümmere du dich um die Ansteuerung des Displays, passiert folgendes. Wabi sagt, hey Windows, am Comfort 1 schickst du jetzt bitte zwei Zeilen raus mit der und der Information. Das macht Wabi, schickt sein Windows raus, Windows schickt die Hardware raus. Hardware sagt, ich habe fertig. Windows sagt zum Wabi, hey, alles gut, fertig. So, Sie merken, wir haben nun eine Kommunikationskette. Wir haben verschiedene Dinge, die nun miteinander sprechen. Wabi mit Windows, Windows mit Hardware, Hardware mit Windows, Windows wieder mit Wabi. Wenn einer von diesen, wenn diese Kommunikationskette unterbrochen wird, warum auch immer, dann kann es sein, dass eine Software, also derjenige, der darauf wartet, hängt. Das heißt, der reagiert plötzlich nicht mehr, um diesen Ausdruck zu gebrauchen. Um das Ganze nun zu umgehen, sind wir von dieser standardmäßigen, traditionellen Ansteuerung, gehen wir nun weg. Und wir bieten nun hier diese externe Line-Display-Variante an. Was Sie hierzu auf jeden Fall noch machen sollten, Sie sollten die Texte noch in Wabi konfigurieren. Wir sagen jetzt hier zum Beispiel, also die Standardtexte im Ruhezustand. Herzlich willkommen zum Beispiel, herzlich willkommen und in der zweiten Zeile sage ich bei uns. Soweit, so gut. Wenn wir diese externe Line-Display-Variante benutzen, stellen Sie bitte sicher, dass bei Typ nichts ausgewählt ist und hier bei Anschluss auch nichts ausgewählt ist. Wenn Sie das haben, klicken Sie auf Externe Line-Display-Variante benutzen. Nun öffnet sich ein neues Fensterchen, vielleicht haben Sie es auch gehört akustisch. Und wir haben nun in der SysTray, also unten rechts bei Windows, wo dieser Pfeil ist, neben der Uhr und den ganzen Symbolen, haben wir nun ein kleines neues Symbol, so ein blaues, Display-Kommunikation nennt sich das. Da können Sie draufklicken. Sie erhalten nun ein neues Fensterchen mit zwei Karteikarten, Aktivitäten und Einstellungen. In den Einstellungen legen Sie die Art Ihres Displays fest und bei Port legen Sie den Kommunikationsport fest. Sollte diese zweite Liste bei Ihnen leer sein, bedeutet es im Klartext, Sie haben keinen COM-Port. Also dann können Sie es auch nicht benutzen. Aber in der Regel ist es so, ein Display simuliert, also sprich emuliert, es tut so, als ob es einen COM-Port hätte. Das heißt, wenn Sie ein Display einstecken und es ist USB, dann haben Sie plötzlich in der Systemsteuerung Ihres Computers, im Gerätemanager, sogenannte Anschlüsse und Ports. Das zeige ich Ihnen einfach mal, wo Sie das schnell finden. Okay, ich habe jetzt mal hier unseren Computer geöffnet. Dann können Sie hier dieser PC oder Arbeitsplatz oder Computer mit der rechten Maustaste anklicken und sagen Eigenschaften. So, nun kommen wir auf Gerätemanager und im Gerätemanager sehen Sie dann verschiedene Anschlüsse. Hier, Anschlüsse, COM und LPT. Wenn Sie hier keine COM-Anschlüsse drin haben, ja dann können Sie es auch nicht benutzen. Und diese Information holt sich hier dieses kleine Display-Kommunikationsprogramm, also dieses Fenster hier. Die Texte sollten Sie bitte an dieser Stelle nochmals eingeben. Also das heißt, wie Sie es in Wabi hier angegeben haben, herzlich willkommen bei uns. Das geben wir hier auch nochmal ein. Wenn Sie das ausgewählt haben, Ihren richtigen Port, Ihr richtiges Display, klicken Sie auf Port Settings. Was ist das? Das sind einfach die Einstellungen. Das heißt, Sie sehen hier die Kommunikationseinstellungen für Ihren gewählten Port, sprich unseren COM4. Wenn Sie nicht genau wissen, was da eingestellt ist, klicken Sie in Wabi Profi 3, einfach mal nehmen Sie auch den COM4. Naja, oder ist ja wurscht, nehmen wir jetzt den COM3 und sagen Einstellungen. Dann sehen Sie die Einstellungen. Das ist hier das Windows-Fensterchen. Wir haben also eine Boutrate von... Also die Informationen müssen übereinstimmen. Sie können nicht auf Ihren Windows-System 19.200 einstellen. Hier in der Software 9.600. Und am Display jetzt kommt es. Die Displays haben sogenannte kleine DIP-Schalter, also Schalter, die man umlegen kann. Da kann man auch gewisse Konfigurationen vornehmen. Bitte verändern Sie da nichts. Mit den Standardeinstellungen funktioniert das in der Regel sehr, sehr gut. Also ich habe hier die Boutrate, die Databits, die Parity, Stoppbits, alles eingestellt und ich klicke nun auf Testen. Wenn alles gut läuft, sollten wir nun am Display herzlich willkommen bei uns zentriert stehen haben. Das tut es hier an unserer Stelle. Wunderbar. Nun klicke ich auf Aktivitäten und lasse das Fenster hier stehen, damit Sie sehen, was passiert. Ich beende die Systemeinstellungen und Sie sehen nun, dass Wabi Profi 3 eine Meldung ans Display geschickt hat. Hier herzlich willkommen bei uns. Ist schon mal ganz cool. Nun gehe ich auf Kasse Verkauf, wähle einen Verkäufer aus und beame, also das heißt verkaufe etwas, tut es, ob ich etwas verkaufe. Sie sehen nun, dass hier sofort die Damenhose Eleganz mit dem Preis 59 Euro, dieses Fenster oder dass die Information von Wabi Profi 3 über die Windows Send Message Funktion gesendet wurde. Das bedeutet, dieses Fensterchen kriegt jetzt diese Information, zeige in Zeile 1 hier Damenhose Eleganz an und in Zeile 2 zeige hier einmal 59 ist gleich 59 an. Das ist super. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Stückzahl erhöhe, mache ich einfach ein Plus, dann schickt Wabi Profi 3 diese Meldung an das andere Programm und dieses andere Programm kümmert sich um die Ansteuerung des Displays. Wenn jetzt mal das Display nicht reagieren sollte, und das ist jetzt der Riesenvorteil, dann kann das Wabi Profi 3 vollkommen egal sein, weil die Wabi dann trotzdem noch reagiert und sie nicht irgendwie in einem Programmfluss sind, den sie nicht mehr bedienen können, weil einfach dieser Programmfluss durch die Kommunikation, Board, Windows, wie auch immer, unterbrochen wurde. Und das ist ganz cool. Abschließend, oder ich gehe jetzt einfach mal auf Bezahlen, Sie sehen hier Barzahlung zu zahlen, da mache ich einen Gutschein noch mit rein, ist ja egal, damit Sie auch sehen, dass das funktioniert. Und jetzt haben wir hier Barzahlung zu zahlen, ja, alles da. Der Gutschein wurde jetzt verrechnet in der neuen Zahlung, jetzt entferne ich den Gutschein wieder und dann haben wir wieder den Originalbetrag da. Oder ich wechsle einfach die Zahlungsmodalität hier, also super easy. Was momentan geht, ist die Konfiguration von, also das Senden von den ganzen Zahlungsmodalitäten, von den Artikeln im Verkauf mit Standardtexten. Lauftexte sind momentan noch nicht integriert, werden aber in einem der nächsten Updates integriert. Dann hoffe ich, Ihnen ein kleines bisschen habe weiterhelfen können und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald. Tschüss.